Und herzlich willkommen auf Denne-Mals-Live! Ich habe heute mal ein Bruno-T-Shirt an. So, gucken wir mal, was der Daniel so macht. Es ist nur los. Was machst du? Also ein bisschen spielen. Achso. Ich habe eine Frage. Kannst du mal kurz auf Pause machen? Ich habe eine Idee. Ich wollte jetzt Sarah abholen. Ja. Wegen, weil wir ja drehen wollten, ne? Ja. Du wolltest doch eh zu deinen Eltern. Ja. Soll ich dich mitnehmen? Ich setze dich bei deinen Eltern ab. Ich hole Sarah ab und nehme dich wieder mit? Ich kann erst ein Pfiff zu meinen Eltern. Achso, warum? Mit meinem Vater. Ich müsste das für ein Handy oder... ...gangen mal machen. Achso, ich dachte mal. Ich hole Sarah ab und danach fahre ich dann... ...wenn ich ein Pfiff oder was, fahre ich wieder zu meinen Eltern. Na gut. Was sagst du eigentlich zu meinem Schatt? Ja, schön. Wer ist das? Woher nicht. Ich bin lange nicht mal beim Friseur war. Ja. Hey, Bruno, was cool. Ich mag den Bruno. Guck mal, wie der lacht. Er lacht so schön. Er hat so weiße Zähne wie der T-Shirt. Sie kamen. Hallo. Hallo. Sieht gut. Dir auch? Ja. Freut mich. Das war gestern so mega lustig. Wir haben gestern gesnappt mit meiner Mama. Ich blende euch das mal eben ein. Die zwei besten Snaps selber. Hallo. Ui, 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 caramba. 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 Ich komme wieder raus. Carimba. Carimba. Oder diese mit der Friseur. Ja. Carimba. So ihr Lieben, wo fahre ich an? Ich habe jetzt Wochenende, denn es ist ja Ostern. Und heute ist aber erster Donnerstag, denn ich habe jetzt schon frei. Was mich natürlich mega freut. So, ich wollte jetzt, ich muss ein bisschen Pappe wegbringen. Die habe ich schon im Kofferraum. Und dann noch ein, zwei Sachen besorgen für Ostern. Und dann dachte ich mir, ich nehme euch mal mit. So, die Pappe konnte ich erfolgreich entsorgen. So, ich muss jetzt überlegen, wo fahre ich zuerst hin? Ich denke mal nach Real, dass ich das schon mal habe. Dann wollen wir mal eben plötzlich den Koffer hier drehen. Jetzt? Ja. Hier sind, das hört doch niemand dahinten. Richtig raus, rein? Oh, warte, jetzt ist nicht zu Ende. Okay. Okay. Ich wollte gerade schreien. Party! Disco! Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Ausfahren. 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 Was falsch? Was? War das grammatikalisch korrekt? Unkorrekt. Boah, Leute, real habe ich jetzt hinter mir und morgen ist das, glaube ich, wie nennt sich das? Karfreitag. Boah! Noch nie so viele Autos auf einem Parkplatz gesehen und so viele Menschen an einer Kasse. Ich werde es nie wieder machen, einen Tag vor oder einen Tag nach Feiertag einkaufen zu gehen. Jetzt wollte ich eben kurz bei meinen Eltern was abholen, das bräuchte ich, um das Geschenk zu verpacken. Das mache ich eben kurz. Und dann wollte ich mal eben schnell auf den Baumarkt, denn wir brauchen einen neuen Briefkasten. Bei uns ist nämlich die Zeitungsrolle, irgendwie hat sich das gelöst und es hält nicht mehr richtig. Und jetzt irgendwie so prophylaktisch die Zeitung oben reinzustecken, das ist meistens ungünstig. Beim Rausziehen zerreißt meistens die halbe Zeitung und das macht weder Spaß noch Freude noch ist es sinnvoll. Und ja, Park einfach mitten auf der Straße. Genau. Dann wollte ich mal schauen, was die Diener so kosten. Ansonsten versuche ich einfach mal den derzeitigen Briefkasten zu reparieren, weil ich habe nämlich keinen Bock da unnötig Geld reinzustecken. aber allen Vorgang hat es. Ich komme wieder im Baumarkt. Ich liebe Baumarkt. Die sind schön, ne? Die sind voll sweet. Mega hübsch. Die sind voll teuer, oder? Ich war ja vorhin im Baumarkt und habe mir mal nach dem Briefkasten umgeguckt. Aber ich muss sagen, dass die Diener unverschämt teuer sind. Da ich jetzt überhaupt keinen Bock habe für 40 oder 50 oder 60 Euro einen Briefkasten zu kaufen, werde ich einfach unseren jetzigen versuchen zu reparieren. Das muss da rein. Und dann hätte ich doch rein theoretisch perfekte Möglichkeit das festzuschrauben. Und dann wäre doch rein theoretisch wieder loopt. Wir schaffen uns einen Überblick und dann mache ich einen Briefkasten-Lieferatur-Video. Jetzt holen wir mal den Saft, okay? Okay. Lecker. Was? Süßigkeit. Oh, oh. Wir haben keine Tasche oder so, ne? Wie viele? So viele wie geht. Stopp. Ich schwör. Glaubst du nicht? Nein. Als ob du jetzt übertreibst. Ich übertreibe jetzt richtig. So, let's go. Ich komme nicht klar. Warte, darf ich dich filmen? Was? Du bist voll beladen. Ich aber auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf. Was? Du kannst es nicht aufmachen, oder? Warte. Können wir uns so gut stellen? Das knackt, das knackt. Nein, locker nicht. Ich werde jetzt erst einmal dieses Teil hier festschrauben. Erstmal bohre ich jetzt hier durch mit einem kleinen Bohrer. Ich habe mir jetzt auch so kleine Schrauben. Das ist das Edelstahl, die ich dafür brauche. Ah, dreier Schrauben. Nämlich ein dreieinhalber Bohrer. Dann werde ich dafür mal ein kleines Schraubtes reinsetzen. So, Nummer eins. So, der Boden ist schon wieder fest. Der hält wahrscheinlich wieder besser als vorher. Jetzt muss ich aber allerdings die Schrauben nach außen setzen. Normalerweise setzt man die eher nach innen. Aber da das leider nicht hin, weil das so wenig Platz da hinten ist. Werde ich das jetzt einfach andersrum machen. Und werde den Überschuss an Schrauben einfach jetzt abschneiden. So, das ist nur weiß, was? So, das ist nur weiß, was? Ist das viel? Ja, nein. Ich mache die Tüte, weil der weiß vielleicht, ne? Ich habe das nur... Ich hätte es überfahren. So, Freunde, der Briefkast ist wieder heile. Er funktioniert so einwandfrei. Ich demonstriere das mal eben. Ja, okay. Er funktioniert vielleicht... Da. Er rät wieder richtig schön auf und zu. Und ich habe das Gefühl, dass der mehr hält als vorher. Sarah glaubt nämlich nicht, dass der Saft so gut ist. Legen. Probiert sie das jetzt mal, okay? Johannes, ja. Schorle. Schorle. Erstmal sehr an den Flugzeug. Als ob das so gut ist. Kann man trinken? Na, weil ich würde es ja... Ich würde jetzt nicht das Regal aufkaufen. Ja, würde ich auch nicht. Mega. Ich liebe das voll. Sie kauft so irgendwie komplett Regalos. Was? Hast du dir weh getan? Das hat das weh. Ich habe schon mal die Kamera auf meinen Knie bekommen. Das hat das weh, Sarah. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Tut es weh jetzt? Ne, tut nicht weh jetzt genug. So, Sarah und ich sind bereits dabei zu drehen. Beziehungsweise haben gerade eine kurze Pause eingelegt, da wir den Akku wieder laden müssen. Ich glaube, ich sollte echt mehr Ersatzakkus besorgen. Das ist der Daniel. Ja. Boah, was ist los? Ich habe eine nervige Freundin. Das ist los. Ist klar. Daniel und ich haben ein Packchen erhalten. Und zwar von Daniels Schwester und ihrem Verlobten. Das ist so süß. Einmal ein Pärtchen zu Ostern. Ist das nicht süß? Jetzt haben wir das hier bekommen. Zwar zweimal. Das sind Handtücher. Aber Steffi bastelt so gerne und die kann das so total gut. Und das sind halt Häschen. Voll geil, oder? Das ist süß. Dankeschön. Und dazu darf auch nicht fehlen. Einmal von Kinder. Zwei Osterhasen. Einmal in pink für mich. Und in blau für Darlene. Lust es! Ah! Aua! 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 Die prügeln sich hier schon. Ja, er hat eingefallen. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Mhm. Eine Hunde. Ach, der hat den Auftritt. Okay, jetzt steh auf und lauf. Los! Woah, 써 not. Ach, sing heller. Hahaha. Schmern wir uns an denenrowage. Du Milton bekle das Ganze im Verl max. Oh willst du dir die echel? Sarah, warte, lass mich kurz die Kamera hinstellen. Okay. Bist schlecht. Bist schlecht. Bist schlecht. Ich bin Lauch. Du bist Lauch. Du bist Schnittlauch. Und du bist Bittayau. Du bist Schnittlauch. Du bist Schnittlauch. Ja. Wir sollten mal langsam weiter drehen, glaube ich. So, wir haben für heute fertig gedreht. Wir drehen morgen weiter. Denn wir, also Sarah, ich, Daniel, bla bla bla, fahren morgen nach... Wendel, 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 Holland, Holland. Kommen wir nun zum... Dynamite des Tages! Jetzt hat Bonny die Konfetti-Kanone... Ja, ja, ja. ...infrast gesetzt. Der heutige Dynamite des Tages ist angeschminktv.de. Er oder sie schrieb, hat Daniel eine Zeit lang Volkswagen gefahren. Deine Mutter sieht so schön aus. Daniel sieht ebenfalls wunderschön aus mit deiner, mit seiner neuen Frisur. Wie? 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 Wie süß die Dynamites da draußen sind. Ich habe die noch nicht mal daran erinnert. Nee, hast du überhaupt nicht. Ihr alle seid wunderhübsch. Bleibt so wie ihr seid. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Daniel, hast du eine Zeit lang Volkswagen gefahren? Ein VW Polo? Ein VW Polo? Den hatte ich aber, glaube ich, nur ein, zwei Monate. Und danach hatte ich wieder ein VW Polo. Mehr VWs hatte ich nicht. Okay. Danach hatte ich Opel, danach hatte ich Peugeot und danach hatte ich Audi. Ich hatte auch ein VW, ein Lupo. Ah, dazu habe ich sogar mal ein Video gedreht. Das ist schon mega alt. Wenn ich daran denke, werde ich euch das unten in der Infobox verlinken. Da habe ich eine, wie sagt man, nicht Roomtour, sondern eine Car-Tour gemacht. In meinem alten Auto. Wenn euch das interessiert, verlinkt euch auch in der Infobox. Ja, dass wir das machen, das ist cool. Können wir auch mit unseren jetzigen Autos machen, nachdem wir sie gewaschen haben. Sowieso! Und wenn ihr schon morgen seine Mai des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig... Kommentieren? Also? Kommentieren? Kommentieren! Ja! Kommentieren! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. An dieser Stelle könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Auto ihr fahrt. Und falls ihr noch kein Auto habt, welches Auto ihr gerne haben wollt oder eure Eltern vielleicht auch fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. In der Endcard habt ihr die Möglichkeit zwei weitere Videos anzugucken. Ebenso könnt ihr uns dort abonnieren, auch unter diesem Video. Und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen nach. Und wir haben's dann. Tschüss! Tschüss! Warte! Ich gehe nochmal mit dem Ball den auch vor der Linse werfen. Naja, das will ich sehen. Ah, warte. Ah! Einmal noch. Okay. Ah! Und dann geht's. 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 Und dann geht's.